Hi, heute zeige ich euch den einfachen Einbau eines elektrischen Sonnenschutzprodukts. So, wir fangen an mit der VELUX Kassette. Die klicken wir hier oben in die Pick und Klick Träger ein. Ich mach das mal. Danach haben wir hier die Schnurhalter. An diesen Schnurhaltern befindet sich ein Abstandshalter. Da kann man quasi nichts verkehrt machen. Die klicken wir auseinander. Auf den Haltern ist schon beschrieben einmal links und einmal rechts. In der Verpackung ist ein Schraubenzieher dabei und natürlich die dazugehörigen Schrauben. Wir fangen jetzt mal mit dem Rechten an. Hier in die Ecke. Natürlich darauf achten, dass man den Halter an den Flügel schraubt und nicht hier an den Blendrahmen. Dann passt unser Rollo nicht. So, dann nehmen wir uns den linken. Und auch hier wieder darauf achten, dass der Abstandshalter hier unten in die Ecke kommt. So, wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr die Abstandshalter einfach abbrechen. Keine Sorge, ihr könnt dabei nichts kaputt machen. Danach nehmt ihr euch die Führungsschienen. Die Gehrungen sind von Werk aus schon vorgefertigt. Und die rasten wir jetzt hier vorne bzw. oben in diesen Führungsträger ein. Und klicken ihn hier unten in die Halterung. Das gleiche machen wir auch auf der rechten Seite. So, wenn ihr den Arbeitsgang beendet habt, schrauben wir die Schienen an. So, das gleiche auch auf der linken Seite. Das schöne ist bei den Velux-Sandschutzprodukten, man braucht nicht vorbohren. Weil die Schrauben sind so spitz, die gehen ganz locker durch den Kunststoff durch. Und auch gerne die Schienen beim Anschrauben einmal nach oben schieben. Beziehungsweise in diese Richtung, damit oben die Schmieden schön sauber zusammenliegen. Dann entfernt ihr die Schnüre aus den Transportsicherungen. Und schön darauf achten, dass die Schnüre nicht verdreht sind. Man kann ruhig mit dem Finger hier so durchrutschen. Den Schnurrhalter in die Hand nehmen. Und hier in die Schiene reinklicken. Und das gleiche auf der linken Seite. Auch hier wieder mit dem Finger. Und einklicken. Danach entfernt ihr die roten Transportsicherungen. Die könnt ihr entsorgen. Kommen wir zum letzten Schritt. Der vorprogrammierte Wandschalter. Da legen wir die Batterien ein. Dann befindet sich genau hier der Reset-Schalter. Den einmal kurz nach rechts schieben. Und dann auf dem Schalter auf runter. So, jetzt brummt er dreimal. Das ist normal. Und jetzt legt er los. Und wie ihr seht, so schwer war es gar nicht. Ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Solltet ihr dennoch Fragen haben, könnt ihr diese in den Kommentaren posten. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt auch unseren Channel abonnieren. Oder unsere Website besuchen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Tim. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.